LEMGO Marketing präsentiert LEMGOS MUTMACHER Hallo! Ja, hallo! Hereinspaziert! Ja! Frau Kuhl, was können Sie für sich, vielleicht auch privat, Positives aus der Krise ziehen? Viel freie Zeit. Also ich habe sehr viel Zeit mit meinem Sohn verbracht, was ich sonst eher selten habe. Da bleibt uns einfach der Nachmittag vorbehalten und jetzt konnten wir entspannt in den Tag starten, mit tollem Frühstück draußen den Schnee genießen. Also es war privat eine tolle Zeit. Das klingt gut. Und worauf freuen Sie sich, wenn die Geschäfte dann hoffentlich bald wieder öffnen dürfen? Ja, selbstverständlich auf meine Kunden. Wenn ich endlich meine Gitter wieder aufziehen kann, die Tür weit aufsperre, keine Absperrung mehr machen muss, die Gespräche fehlen mir, die Inspirationen fehlen mir, das Feedback von den Kunden fehlt und selbstverständlich meine Kurse. Wir geben ja Goldschmiedekurse und Trauringkurse und das ist wirklich was, wo wir ganz eng mit dem Kunden zusammenarbeiten und das fehlt ganz eindeutig. Wie bereiten Sie sich jetzt aktuell auf die Zeit nach dem Lockdown vor? Sind Aktionen geplant oder haben Sie Änderungen im Geschäft vorgenommen? Worauf können sich Ihre Kunden freuen? Auf tolle neue Schmuckstücke. Also wir sind sehr kreativ. Ich habe ganz viele neue Steine gerade hier liegen, wo der Kreativprozess bei meinem Team und mir im Kopf gerade sehr stark arbeitet. Und ja, wir freuen uns, dass wir am Werkbrett ja dann handwerklich wieder tolle neue Schmuckstücke erschaffen können, die in den Auslagen dann zu sehen ist. Und so, ja, beginnen wir quasi das Ende des Lockdowns mit neuen Schmuckstücken. Sehr schön. Was lässt Sie denn jetzt auch in der aktuell schwierigen Situation optimistisch bleiben? Ja, das ist schwierig. Man kommt, ja, manchmal fällt man in so lethargische Situationen, wo man sich aber dann am Wetter, an dem Schnee, der jetzt die vergangenen Tage war und an der Sonne, an der Wärme wieder sich hochziehen kann. Das finde ich sehr schön. Ich gehe in die Natur, gehe viel spazieren und ja, Liebe ist auch so, durch unsere Stadt zu schlendern. Und da freue ich mich dann einfach, wenn wieder mehr Leben unterwegs ist und wenn wir uns ja zu einem Kaffee oder auf dem Eis wieder alle auf dem Marktplatz treffen können. Was bieten Sie jetzt aktuell an und wie können die Kunden Sie am besten erreichen? Wir sind viel auf den sozialen Medien unterwegs. Also ich versuche wirklich jeden Tag oder alle zwei Tage dort Aktuelles, was hier gerade bei uns im Geschäft passiert, in Instagram und Facebook zu stellen. Wir sind dabei und arbeiten einen Webshop auf, sodass man dann eben auch, ja, nicht nur in Lemgo vielleicht seine Kunden akquirieren kann, sondern auch deutschlandweit oder vielleicht geht ein Lemgo-Rink ja auch in die Welt hinaus. Da sind wir schon bei und digitalisieren das Handwerk ein bisschen. Aktuell sind die Geschäfte ja noch geschlossen. Wie können die Kunden Sie denn momentan am besten unterstützen? Also man findet uns auf Instagram und Facebook, wo wir Kontakt zu unseren Kunden halten mit Fotos, mit aktuellen Sachen, die gerade bei uns in der Werkstatt passieren. Und selbstverständlich ist das Telefon immer besetzt von 10 bis 18 Uhr täglich. Wir haben eine Handynummer eingerichtet, wo man uns über WhatsApp auch erreichen kann und selbstverständlich E-Mail. Frau Kruhl, zum Abschluss vielleicht noch ein paar Worte direkt an Ihre Kunden? Also mein Team und ich, wir freuen uns auf den Lockdown danach, also wenn die Geschäfte wieder aufhaben, wenn die Stadt wieder belebt ist und wir alle wieder nett und fröhlich beisammen sein können. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020